In der Zwischenzeit fangen wir an mit Pilze, ich muss sie etwas klein schneiden Achteln Hier habe ich noch einen Apfel-Eimer Apfel-Schüssel Schneidest du ihn da die ganze Zeit weg, zeig doch mal Mach mal langsamer, weil sieht man doch nicht Ja ich mache hier unten, wenn er noch dunkle Stellen da sein sollte, mache ich weg Wenn nicht, dann brauchen wir es nicht, also hier unten schon mal das eine mal weg Ja, aber du bist so schnell, da kann man gar nicht so schnell füllen Also Entschuldigung, bitte Ja Einfach durch Könnt ihr euch aber auch immer so langsam zeigen Einmal hier Ja Und dann Einmal so durch Ja So durch Und So durch Genau Jetzt habt ihr das gesehen, ne? Also das macht ihr halt jetzt die ganze Zeit Richtig